So, was denn jetzt? Hier Heizung auf 5 und Abfahrt. Du hast ja schon den besten ersten Raid verpasst, mein Junge. Ja, aber geil. 20 Scavs, ein Level 46er. Panik am Ende, weil ich das scheiß Zimmer nicht gefunden hatte. Aber Raps dann doch noch und wir haben vergessen die Quest abzugeben. Aber ist ja nicht so schlimm, wir sind jetzt auf Frisur. Das glaubt er mir nicht. Doch, die waren wie die Copies. Ich bin aus dem Pinewood Hotel gar nicht rausgekommen aus dem Innenhof. Die waren überall die Idioten. Da habe ich die längste Zeit des Raids verbracht und da müssen es, warte mal, da waren es bestimmt 16 Scavs oder so und die vier anderen noch. Es waren 50. war keiner, keiner dabei, das bestätigt. Rerumbum, sag mal was, wenn du noch da bist. Oh, du Schonker. Oh, du Schonker. Oh, du. Kann ich dir gar nicht sagen, ob das zurückgekommen ist. War ja... Schorleinrunde. Die letzte Schorleinrunde, an die ich mich erinnere, die ging doch gut. wahrscheinlich überbrauchen. Ruf hat dich. Die basket! Jede nette? Hallo? Wir haben auch nie aufgepasst, jetzt ging es ja schon an. Licht leuchtet ja schon. Aber D2 war noch nicht aktiviert. Jetzt. 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 Ich mo the same. Ich wollteß dich nicht einfach reconnect machen. Dann mach ich gleich, aber ich tu da vorher lieber nicht. Überall der 4 drücken und schon alles neu starten und dann reconnecten. Oh man, du gehst gleich in die ewigen Jagdgründe ein. Ich sehe das schon. Wenn da einer immer in den Bunker kommt. Macht doch nichts. Ich bin ja momentan noch nicht drin. Du siehst ja meinen Charakter nicht. Naja doch, das steht doch neben dem Spawn, wo ich war. Das ist ja das Problem, du stehst ja trotzdem drin. Hi, vorne sehe ich wieder. Schüsse. Aber ich habe noch keine Todes... Ich gucke immer drauf an, was für einen Fehler du hast. Manchmal haut es sich komplett raus, oder? Da kannst du aber trotzdem reconnecten. Hier läuft doch einer. Der hat dich... Echt? Ja, ja. Ein dicker, mit Lampe. Und der hat dich umgeniedert wahrscheinlich. Oder bist du wirklich raus? Das weiß ich nicht. Aber normalerweise bei Disconnect sind die Leute noch drin. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich es habe. Ja, nun stehe ich voll. Scheiße. Game completed or apart. Ja, dich hat einer erschossen. Ja, dann bin ich groß. Scheiße. Superklasse. Du weißt jetzt auch, was der für einen Loot hat, gell? Probier irgendwo raus zu werden. Oder lass dich auch einfach töten, weil du hattest ja eh nicht. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, ja. Probieren eventuell Nachzugs, Nachzugs dürfen. Ja, aber... Ach, das ist doch. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch. Ja, schade. Wieder eine Meta im Tier weg. Mist. Ja, das ist halt. Das ist aber auch für Self. Kann man auch als Hacker machen. Ich würde mich hören, aber auch als Hacker geht das. Alter, was für Arschgeigen. Hast du Elden Ring durchgespielt? Ich habe Elden Ring bis auf New Game... Ach, ich muss das überlegen, Alter. Äh, New Game plus... ...5, glaube ich. Ja. Ich würde hier hinten rausspringen. Natürlich, als falsche Messer. Oh, iri. Wir haben natürlich jetzt die Arschkarte in der Hand. Warum? Oder wir... Nee, hier auch nicht schlecht. Ich musste nochmal runter ins Warehouse hier eigentlich. Ja, genau. Über uns, über uns, über uns. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Der gibt mir einen Warnschuss. Boah, ich habe ihn umgelegt. Ja, ich habe meine Waffe auf Signalfire gehabt. Ey, ich habe doch... Oh mein Gott. Ich habe doch Verflutung gespielt, Alter. War ein Spieler. Pass auf, muss das sein. Boah, gerade die Sonne von vorne, Alter. Der hat mir auf dem Thorax einen One-Shot gegeben mit 366er-APM. Alter. Was ist der Scheiß? Nicht schlecht, okay. Ich spiele auch noch diese Waffe. Wenn man da Viererhammer One-Shot auf dem Thorax gibt, alles klar. Ja, APM ist ein Mutt. Aber die 366er-APM macht normalerweise keinen One-Shot auf dem Thorax. Voll live, voll glücklich ist der, Alter. Keine Ahnung. Hätten wir einen Schuss gegeben. Einen Schuss in den Thorax. Finde die Waffe auch gar nicht. Wenn die wirklich One-Shot ist, dann spiele ich die Waffe ja nur noch. Also, ich habe auch schon etliche auf dem Stash liegen. Muss ich bloß mal, ich brauche bloß APM. Ne, kann ich jetzt kaufen. Ich habe ja nur Kohle. Ey, habe ich jetzt wirklich hier 16 Schuss gebraucht, um den umzuniehen? Ja, guck mal, ob meine Leiche gut liegt irgendwie im Bock oder so. Ne, die liegt scheiße. Muss man den Zeug wegholen. Ja, das war nice, wenn das eventuell irgendwo im Back trocken könnte. Mann, hau ab, du blödes Ding. Mann, hau ab, du blödes Ding. Ja, da ein Busch rein. So, und das andere, ich verteile mal ein bisschen. wenn sie das eigene tisch finden ich wollte gerade sagen du hättest ich fahr da einfach auch die ganzen rucksack was ist alles gut Sein RIG ist eigentlich geil, aber... Das ist das gleiche RIG, was ich hatte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist zwar ein 4er RIG, aber... Ja... Keine Ahnung. Es hält halt nicht so viel aus. Mhm. Muss ich mich alleine durchschlagen. Thorax hat nur 70... Haben die nicht 75? Haben die dann nicht mal am Thorax was erhöht? Ich kann ja mal gucken. Ich freue mich, mein Thorax hat mein Thorax. Also mein Thorax hat 85, keine Ahnung. Was? Achso, Thorax, ja. Thorax 85. Ich hab jetzt auf den Bauch geguckt. Olli war wahrscheinlich auch auf dem Bauch. Thorax hat 85. Genau, den hattest du doch mal erhöht, weil... So, soll ich die Mosin und das glaube ich auch mal One-Shot gewissen sind. Ja, aber dann musst du noch die Armor rechnen. Okay, ich weiß, dass die Munition durch ihre Armor durchgeht, das weiß ich, okay. Aber die Armor fängt ja auch noch ein bisschen was ab, also... Normalerweise dürfte es nicht durch einen Schuss One-Shot sein. Hm. Also das wäre schon ein bisschen krass durch so eine billige Scheiß-Munition, äh... Und die ist nicht billig. Ja, so eine billige Scheiß-Munition ist das nicht, aber es ist einer der schlechteren Munitionen eigentlich. Ich glaube, ich dachte nur, dass eine da besser wäre. Achso, das war die 366er APM. Das war sie, glaube ich, 1500 pro Kugel oder so, meine Glück. Ja, schon die bessere Munition, ja, aber trotzdem. Ja, was weiß ich, aber durch einen Schuss auf den Thorax, Mann. Ja. Guck mal, ey, schieß mal, jetzt schießt man mit M61 irgendeinen Thorax-Einschuss, der fällt auch nicht gleich um. ...Motion-Headshot-Kräften, Alter. Und durch APM, Alter, dann kommt es dann wieder... Ach, was weiß ich. Naja, was ist passiert? Ja, ist vorbei, ist mir egal. Dein Zeug kommt zurück, hoffe ich. Ja, ich auch. Müssen wir jetzt eine M4 nochmal bauen, ja. Oh, Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Könnten möglicherweise hier durch einen Keller kommen. Das ist so wild. Hm? Könnten möglicherweise durch einen Keller kommen. Mach du dir keinen Stress. Hm, ich hab auch den Bauch geguckt, Ali. Mach dir nichts draus. Mach das Wickeln beschädigt da. Jetzt habe ich hier eine M4 mit 43, ergo 43 Recoil, Alter. Was ist denn das? Hä? Was ist das für eine? Noch schlechter. Ja. Ah, Meta, da ist sie. 35 Recoil, Alter. Ich nehme aber die andere, die ist billiger. Ich nehme die für die armen Leute. Ich nehme das jetzt nicht. Ach. Boah. Diese Sonne aber. Ich sehe meinen Red Pot nicht. Komplett weg. Geht den Stock nicht gekauft? Ich muss leveln. Ich muss leveln. Warte mal, mal bitte. Ruhig sein, wenn ich was höre. Oh, ist das ein Scheiß. Ich weiß auch nicht, wo ich langlaufen soll. Das Geff hat mich schon gesehen, Mann. Ja, jetzt Maul, Arschloch. Ja, jetzt Maul, Arschloch. Mann. Hmm. Oh, unten im Bunker gibt's Kasala. Lass mich doch in Ruhe, du Idiot. Wo bist denn du? Überall. Scheiße. Jetzt hab ich keine Bandagen mehr. Ich habe 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 immer in die Luft. Ich habe sie durch die Scheiß Tür geworfen. Da rennt der Nächste unten rum. Oh, Respirator. Weißt du nicht Respirator oder was? Leck mich doch am Arsch, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Mir reicht es reservmäßig heute. Dieser Mist, Alter. Dieser dumme Mist. Ich schieß jedem in die Fresse und die fallen einfach nicht um, Junge. Und noch ein Scaf. Ach ja, der Jusik. Stimmt. Ach komm, Alter. Leck mich doch am Arsch, ey. Das war ein Scaf Player. Ja. Krass, der war richtig komisch. Was halten die alle aus? Das ist mir unnormal. Ich habe es gerade gesehen. Da verliere ich aber die Lust jetzt. Vor allem rennt der Fall in dich rein und keine Ahnung was alles. Das war richtig komisch. Ja, ja. Resuspekt. Was hast du denn die Fresse? Ja, das war so cool.